Hi Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin Danirol B. So, wunderbar. So, wir befinden uns in Yoshis Woolly World, gerade beim Level 2.7. Und jetzt kommt, haltet euch fest, der unkreativste Name überhaupt. Pyromide. Pyromide. Geil. Geil. Ich will das unbedingt spielen. Ja. Wir kriegen mal der Pharaon Yoshi von. Kann sein. Tut end joshie. Tut es joshie. By the way, ich bin jetzt ein Vulkan joshie und er ist immer noch Lollipop joshie. Acker, Sonnenbrand joshie. Schrei doch bitte nochmal. Ah, Dankeschön. Dieser Schmerz. Alter. Das sind echt Pharaon. Also, ich stehe wieder auf. Das habe ich ganz vergessen. Die können das ja machen. Okay. Ups. Da oben. Da oben. Da oben. Da oben. Du hast nichts gesehen. Nee, da schneidest du raus. Ja, da wäre was geheim ist, weil du mich da durchgeschossen hast. Siehst du, hätten wir das schon wieder gepasst, wenn er zu hektisch war. Da oben reingegangen ist, war beim Mann von der Situation. Da oben reingegangen ist, war beim Mann von der Box zurückkehren. Ja, wir können, wir können nicht uns sehen. Also, das ist eine Kerze. Ich dachte, wir haben einen Faden. Ich kann doch vorher auf die Gessen. Ich kann es nicht berühren, aber wir können es essen. Ja, wir können es nicht berühren, aber ich kann es auch nicht. Au. Wer hat hier von hinten, wird gegen den Kopf geworfen? Ich war es nicht. whoop. So items wishby woаж sind sie eigentlich so, die Gessä? Ach, ja, das ist schön. da wo man diese dinger stehen wir wieder auf Oh hier wieder zurück ja ich habe nichts anderes muss man jetzt lange ich habe gesagt nicht in der haus irgendwie normal ausspüren nein mich hinzufassen ich bin keine zärtliche berührung dabei ist der vierte peter das ein checkpoint da gehen wir lieber noch nicht lang oder sondern sondern jetzt schon mal unseren vorstellern immer ist allerdings ein gebiet abschließend und checkpoint und dann warum insgesamt vier schlüssel das ist so man kann man so aufsammeln ja das ist mit zwei ist dann nicht so übersichtlich die blumen kannst du mit und dann meine schönes machen wir es noch im ersten kann man natürlich einsammeln dann ist kein problem helfen ja leck mich leck mich dann immer ein bis 2000 auch nein du kriegst mich niemals da ist nicht nur ein riesiges fliegen ist ein hinter mir her ich würde weggehen genau von riesen meister rätselmeister rätselmeister nur so mal hin bei ich sehe nichts kamera aber ich wollte mal nicht alles noch mal gelöst muss mich beschützen ich habe zwei schlüssel darf nicht sterben ich muss das ist ein eis gar nein 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 gehen wir mal zum checkpoint genau hier der mann die schlüsse werden dann auch noch gespeichert da muss er mal jetzt auf der rechten seite nur ein weg das herauszufinden kann man die schlüsse schon abgeben ja weiter geht es nach oben da waren da kommen doch gar her da unten ist der checkpoint ich habe es nicht so mit orientierung das ist auch nicht so mit gedächtnis jetzt kommen wir den haben wir in unserem gott irgendjemand wird das schon sein ich habe schon alle gegessen haben wir kommen das ist die frage schon irgendwie ein ding geben ist sogar die erste ich bin so blöd bis zu blöd dazu ich glaube ich habe mir gerade die nase abgekugelt ich darf nicht sterben ich bin schwarzer joshi weiß doch was man sagt die schwarzen sterben immer das wer ist ja noch war das ist leider da ist ja leider so aber trotzdem bin schwarzer joshi das ist kein hoffen da wollen wir noch mal sehen eigentlich mich doch nicht mich alter ich bin ich ein alter bruder er ist nicht ein bruder alter ich bin da oben ja ich muss auch feuer durchschließen oder so einer von uns müssen wir heute tatsächlich das war auch dieser blöde aber ich wusste es war endlich was sie gesehen wie ich das geholt habe das habe ich eine blume fehlt noch ich glaube ein ding noch in der wolling hat denn was du davor hast das ist ein aus böse 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 ja ist jetzt die idee lassen ihn einspringen da bin so klug da war offensichtlich ich bin so klug ich habe ein rätseln gelöst die dü Jenny hat hey die j баг rencont Comes ohne mich sowieso nicht weiter doch jetzt einfach das schloss ja was auch mach ein vermeiden jetzt öffne dich ich habe getan was ich konnte wir haben ja wahrscheinlich sowieso immer wieder neu machen müssen und was die gesehen moment mal auf meinem kreis wenn wir sehen ja wir laufen im kreis noch mann ich bin ein schnelles motorrad also aufwärts los geht's heraufzug auf deiner seite der grenze und ich bleibe meiner okay ich bin bin mit deutschland durch die schweiz wir halten uns raus ja ja dazwischen ist die türkische grenze er war auf meiner seite der grenze so wie die jetzt sind auf meiner seite jetzt meine meine seite das ist das beste spiel was ich hier erfunden habe grenzkontrolle bei einer muss jetzt haben wir mit der gründe also die schweiz einfach in deutschland ein marschiert wir haben alle blumen wir gehen sowieso nicht mit vollem leben heraus das ist also eine fehlt jetzt das weg ja schön ohne spiel 12 ich glaube nicht mal der kapsel nahm oder nein ich war neun joshin immer so oder so neu machen müssen du weißt ja was du zu tun hast ja ich guck dir auch noch mal an nicht mehr heute weil du hast bei der grenzkontrolle versagt ist auf meine seite der grenze gegangen das ist gar nicht wahr ich bin da ein marschiert als du weg warst so läuft hat mein grundstück gekommen ich habe auf deinen auf deine grenze geworfen ja das ist das letzte level also da unten rechts ist wieder bonus dinge das ist das muss dann über 40 blumen brauchen wir haben es nicht mehr sein wo ist dies schloss ne wurstel schloss wusste noch mal wusste also bei den namen herr habe ich recht hunger auf bradwurst das ist jetzt auch gern bradwurst ja 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 wir sagen hier abgang wo ist jetzt gerne wirst peter wurst weder wurst peter bradwurst jetzt hat mich noch nicht gegessen das ist mit peter käse mega lecker bleibt bei den klassik also ich hätte jetzt echt möglich doch auf bradwurst heute habe ich mir gleich noch eine bradwurst oder noch irgendwas anderes hier vorsicht feuer im büro aber was passiert damit die passierten mal jung was mit dem sieben jungen was du dort nein hier vorsicht feuer von einer garderobe hilfe feuer in der garderobe ich lecke ihn jetzt lecke ich hier habe ich an dem vorbeigeschen schenken hier vorsicht feuer in der garderobe hilfe und hat denkt mal ich darf nicht sterben machst du noch gerne oder nein doch 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 machst du da müssen wir immer machen wenn wir jetzt mal wenn wir reden müssen wir einfach hier so machen damit dazu aussieht das werden wir diese charaktere verstehst du was ich meine ja ja naja ich bin wohl kann gefahren jetzt bin ich voll schwarz und so verrückte ja ok da geht es weiter aber auch mal schlüssel nach vorne weiß jetzt auch richtig gerne ja wir sollten es mal zu schlüssel zu gehen ja wir müssen zu ja bei uns fehlt eine blumen 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 wir kommen boss ja du siehst so verbrannt aus was mit dir passiert ich habe mich war bei ich dachte du schmeckst einfach nur lecker da habe ich dich mal probieren schmeckt ja nach schweiß und tränen und verzweifeln und verzweiflung vor allen dingen verbrannt schweiß tränen verzweiflung und vor allen dingen verbrannt ja das ist keine gute geschmackskommunikation wo ist das doch gerne ja habe ich gehabt darum ist was allerdings okay das blöde die blöde feuer also unklar wie da passiert joshi eigentlich das doch gar nicht angegangen haben du hast doch schon sowieso verbrannt es ist aber trotzdem werthaft das liebes ließchen liebes ließchen wie hast du dich denn jetzt gerade angehört sie wollen sie wollen wir verstehen geschlecht jetzt sind wir nur für menschen warum ist was und stempel hier oben ist alles einsam und schnell ganz wagen aha bin ich einfach bei diesen ganzen folgen ja jetzt ich sollte auch wenn du was essen essen nachzudenken sonst kriege ich ja deswegen denkt niemals einfach so sehr ans essen nach sonst bekommt ihr hunger ich bin auch so viel herzen aber ich gestorben ich glaube sogar dass das hier das letzte gebiet ist bevor ich beim boss sind ich sage 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 wir haben alle blumen ich habe ich sage ich habe auch gebraucht ich habe noch ein ja ich denke schon gut willkommen schon klar da bin ich mir sicher ich bin gestorben ich bin gestorben hat sehe ich ich nicht wir haben alle stempel haben noch nicht alle wolle ich will eigentlich diese anders treffen aber irgendwie kommt ihr mal immer zu dir leider scheinen mich die probleme ja immer wieder zu suchen ich habe keine ahnung wieso ja aber alles ich glaube ja also mit abgesehen von den herzen das sind ja nur die herzen hallo wir sind die lebensmittelkontrolleure also wohlkontrolleure wir kommen jetzt öfter her hallo ihr brennt wohl auf einer abreihung oder was genau für diesen zweck habe ich hier mit heißer nadel etwas gestrickt er nimmt sich einfach immer irgendein random gegner und macht den größer ja über power rangers machen einfach ihr monster größer aber ich habe keine wolle also das muss noch wehtun jetzt sehen wir jetzt gerade ausgemacht ich habe ihn einfach ich habe ihn einfach ich komme schnell wieder muss man sagen irgendwie müssen wir da wollen wir kriegen ich glaube ich muss aber erstmal abkühlen so wie jetzt ja da wusste das eigentlich gar nicht so schwer ja jetzt geht er erstmal wieder in den händergrund ja 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 der tanz ist ja anders als jahr in festen aber wir haben es geschafft und wir haben 5 blumen 1 2 3 5 wolle 3 stempel und 20 stempel winsten geil super galo matiko super galo matiko so hast du einen neuen trick anstücke erhalten besiegbarkeit hot dog joshy wurde wieder zusammen gehäkelt also wir zogen nicht an essen denken ja da ist er in der schwindel süßigkeiten welt die wärme im nächsten paar angehen dann sehen wir uns im nächsten part in welt drei und dann würden wir jetzt mal sagen hast du noch irgendwelche abschließenden worte nein ich auch nicht na dann bis zum nächsten mal und tschau bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal